Essener Meditation Nr. 8 Dienstagmittag Friede mit der Menschheit Ich betrete den ewigen und unendlichen Garten In Ehrfurcht vor dem Himmelsvater In Ehrfurcht vor der Erdenmutter In Ehrfurcht vor der heiligen, reinen und rettenden Leere In Ehrfurcht vor dem einen Gesetz Unser Vater, der du im Himmel weilst Schicke allen Söhnen und Töchtern der Menschen Deinen Engel des Friedens Und schicke der ganzen Menschheit Den Engel der schöpferischen Arbeit Denn im Besitz einer heiligen Aufgabe Bedürfen wir keiner anderen Segnung mehr Prüfe, ob du folgenden Erkenntnissen der Essener In deinem Inneren zustimmen kannst Alles ist in Fülle vorhanden Was ich brauche, um glücklich zu sein Ich bin frei von dem Wunsch nach Reichtum Ich habe keine Angst, meinen Besitz zu verlieren Die Natur ist meine Bibel Ehrfürchtig in ihr arbeitend Wird sie mir zu einer unerschöpflichen Quelle Von Wissen, Energie und Harmonie Auch wenn ich mit den anderen Menschen alles teile Die Arbeit und ihre Früchte So gehe ich doch meinen eigenen Weg des Herzens Ich bin frei von der Anerkennung anderer Ich bin bereit, allen Frieden anzubieten Ich bin repent Pharisäern und Priestern Bettlern und Heimatlosen Königen und Herrschern Wissenden und Unwissenden Denn ich weiß, alle Menschen sind Kinder Gottes. Erkenne diesen Frieden mit deinem Geist. Ersehne diesen Frieden mit deinem Herzen. Erfülle diesen Frieden mit deinem Körper. Lass dir Zeit, diese Meditation langsam abzuschließen. Erfülle diesen Frieden mit deinem Körper. Erfülle diesen Frieden mit deinem Körper. Erfülle sich in deinem Körper. Vielen Dank.